Ja, meine lieben Freunde, Etappe 4 von 3, weiter geht's hier, trifft den Blauen um den Weg, ja, wir kennen das ja alle schon, ich fang einfach mal an, mal gucken, was es so gibt. Ja, war schon mal... Das haben sie aber kacke gemacht, ey. Ja, war schon mal. Mal, 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 eh. Na, guck, geht doch. Geh, ganz spannend. Und hier, ich hab nicht geredet. Scheiße, tut mir leid, Leute. Ich verteile das Ding vertieft hier. Und die 50.000. Ja, was geht. Der hat mich auch, der. So, la, 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 la. So, la, 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 la. Ah, schon, ja. Das war jetzt mal eine geile Action! Geile Sache mal! Jawoll, Baby! Gib mir die 100! Da klingelt's im Sack! Wahnsinn, ey! Ich zu Ruhe, ich zu Brett, ich zu Wahnsinn! Ich zu Freakshow! Yaaah! Die Abzema! Oh, 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 oh! Du, 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 du! Jaaaah! Oha! Ja! Ja, ja, ja! doch! Mach Platz Ehhh! Astro, eineシifter! Ah, schütten! Ah, da ging das! Ja, ja, das hat da wohl nicht geklappt. So, shit! Ja, du komm schon! Stell dir mal nicht so an hier! Weg mit dem Ding da! Nein! Na gut, okay, dann lassen wir's halt so! Ah, da... Ah, da... Der Hinger ist aber super fest, oh! Mann, Mann, Mann! Ist nicht so einfach, wie die dir das vorstellen hier! Der nimmt ja den und trifft den, ne, 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 ne! Ah, ein Bananenspiel! Da brauchst echt lange Ohren für! Das gibt's nicht! Ja, komm! Hm! Das haben aber komische Levels gemacht, mein lieber, mein lieber Johnny! Ja, ey! Hammer! Der hat doch mal gesprengt, ey! Der hat doch mal gesprengt, ey! Der hat doch mal gesprengt, ey! Na, 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 na! Mach das jetzt so ne Dummeheit vor! Na, das Ding ist so langsam! Jo! Den nimmst du noch mit, das ist gut! Fantastik! Ja, 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 ja! Woll dich! Fett weg, da! Fett weg! Ja, 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 ja! Und spring, 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 spring! Wow! Wahnsinn! Oh, 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 oh! in der Euro Händel eine Zifferkletcher ein Boller Börner in der da wirst du doch verarscher hauter dir in die 10.000 rein wie es weitergeht seht ihr nächstes Let's Play aber was haben wir denn hier Sekündchen immer schön weiter flippen Glaude Hummer, Junge Junge Hallo, jem äpple Claude, das bedeutet ich heiße Claude in deinem Deutsch hast du schon die Flipper probiert, ah ist wunderbar mit ihm lernst du Kugeln zurück gegen die Wand zu schleudern und extra Punkte wie ein echtes Krustentier zu erspielen nur keine falsche Bescheidenheit sollen wir gleich ins kalte Wasser springen ja gut, machen wir weiter jetzt neues Level, neues Glück, neues Let's Play also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich